guten morgen guten abend kein schlüssel event ja ich glaube die beste taktik ist hochgehen hochgehen dahin wo jetzt die neuen sachen freigeschaltet wurden ich die hoffnung habe dass da das event getriggert wird das war hier dieser clown nee das war nicht hier hier war die schaufensterpuppe verdammt das war unten entschuldigung so die uhr schlägt ich eigentlich schon mal über licht anmachen das telefon hier hast du geklingelt nein wahrscheinlich das im foyer das telefon klingelt hier klingelt es irgendwo passt da licht ohne meinen lichtschalter sage ich gar nichts ok warum klingelst du ist hier irgendwas in diesem raum ja ich kann nichts machen was klingelt das denn was war das ist das nebenan vielleicht doch das klingt so als würde es aus der wand ist doch kein telefon mehr doch ach so das klingelt es da es klingelt es da ein schlüssel gut es ist nicht so dunkel hier drin diese tür hier waren wir drin das war doch der clown der fiese verkackte clown war hier kein lichtschalter hier war doch ein lichtschalter da ich hatte dieses teil ja schon längst irgendwie warum steht der fahrzeug auch eigentlich ah nein bleibt bloß an ok ich hatte dieses teil am tach irgendwie schon längst entsorgt ähm licht kein licht doch hier muss doch licht sein da hängen da lampen da ah ist auch noch eine tür wir haben aber keinen schlüssel mehr batterien sind voll streichhölzer sind voll das ist eine speisekammer kann ja auch sein dass man keinen schlüssel braucht hätte ja sein können ähm oh nein er ist noch da ähm komm ok läuft denn jetzt das besser als im fernsehen clown sitzt noch da das ist gut warum konnten wir denn jetzt hier rein warum nur um zu erfahren dass es hier eine weitere tür gibt alter kriegen wir gleich wieder einen hinweis wir haben auf jeden fall keinen schlüssel mehr ich kann die taschenlamp ist leer ich mach die mal voll und sonst die telefone sind weg muss ich mir wieder irgendwas triggern was hat es eigentlich mit dem licht auf dem gartentisch auf sich licht auf dem gartentisch ja das weiß ich doch nicht das brauchst du mich doch nicht fragen du hast doch hier gewohnt wait wait was ist denn für ein gartentisch licht auf dem gartentisch wo war denn hier ein gartentisch ich kann mich gar nicht erinnern hier überhaupt ein gartentisch gartentisch gesehen zu haben das sind die schaukeln ja hilfe wir haben ja schon einen schlüssel gefunden woher weiß der denn dass da ein gartentisch ist geschweige denn dass da licht drauf ist ist hier irgendwas hier ist ein armen boss batterien kann man direkt nehmen die axt ach da was war denn ein schlüssel sehr gut ähm sonst noch was ne ne ein schlüssel reicht ja auch hier ist der gartentisch ich hätte wahrscheinlich aus dem fenster gucken müssen wäre mir aber auch dann nicht aufgefallen ganz ehrlich dieser clown ne so alles ruhig sehr gut dann hier rein ähm türen wo wir schon mal unten sind checken wir die auch direkt wieder alle diese hier ach das war ja der clown dann müssen wir ne doch ne hier war nix doch das blöde fernseher die geht nicht auf die hier ah ah super ok eine erweiterung der speisekammer da ist der hinweis batterien haben wir voll dann seit heute kreisen ständig krähen über dem haus teilweise ist es draußen kaum auszuhalten wegen dem lärm den sie machen ach warte mal tag acht hast du leid wenn wenn du tun ja s warte mal warte mal wird warte mal warte mal ja warte mal warte mal warte mal warte mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020